So, wie ihr gestern schon ein bisschen vermutet, konnte ich gestern nicht ganz so viel filmen. Ich probiere es aber heute nochmal, aber heute fahren wir nochmal auf Turnier. Ja, gestern war es ja, wie ihr bestimmt jetzt schon gesehen habt, mega, mega gut. Beide Pferde waren richtig gut, sprangen traumhaft schön und ich bin mehr als zufrieden. Denn jetzt sitze ich gerade noch aktuell auf der Grace und gehe eine kleine Runde raus und danach noch ein bisschen in die Halle. Und ja, dann geht es heute Abend nochmal zum Flutlicht A2 Sterne mit der Donny. Ich wusste noch nicht so genau, wen ich heute mitnehme, aber ich glaube, die Donny wird es, weil sie einfach so Spaß hat, auf dem großen Platz da zu springen. Und ja, dann darf sie heute nochmal mit und die Oda Lava gestern auch wirklich, wirklich gut. Und ja, ich hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr filmen. Wir haben uns auf jeden Fall heute vorgenommen, ja, alles wieder ein bisschen detaillierter zu filmen. Gestern wurde es dann echt ein bisschen knapp, weil wir einfach zwei Pferde mit hatten. Und ja, ich mich dann auch einfach auf die Pferde konzentrieren möchte und nicht noch schauen muss, dass die Kamera nebenbei läuft. Und ja, deswegen probieren wir das aber heute nochmal, aber heute haben wir ja dann nur ein Pferd mit. Und wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter ausbreiten und dann sehen wir uns später. und wir gehen jetzt mal weiter ausbreiten. Musik Musik So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt jemand den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. So, die Leo putzt netterweise schon die Donnie und ich probiere jetzt den Hänger anzuhängen. Ich probiere jetzt auch nicht, weil das hier... Weil das in ist. Ja. Trendy. Trendy. Oh, oh, warte. Ich verkackte sie gerade. Hätte verkackt schon wieder, ey. Oh, gut. Ich hab's auf Video. Super. In Zoom. In Zoom. Nee. Klasse. Jetzt ist in Zoom, aber jetzt hast du's weg immer. Entschuldigung. Jetzt mal gucken, ob das in der Familie liegt. Leo. Oh, ich. Wieso bin ich einfach... Ach so, okay. Sorry. So, nichts zu schauen. Die Donnie schaukelt sich im Hänger. Man lässt sich die ganze Zeit hinten gegen den Ding. Ich muss das ja gerade finden. Wir haben auch eins übrig. Wir haben noch eins übrig. Für morgen. Für morgen. Oder über morgen. Genau. Guck mal, ich kann mich jetzt als Teilnehmer ausgeben. Über den Knöchel dahinter. Seht ihr mal achtet darauf, dass ich das gerade habe, ne? Mhm. Wow. Es liegt nicht in der Familie. Das ist krüppeliges Nettel. Und das ist wunderschön von mir. So. Wer hat's gedacht? Wer wusste's? Ich. Nein. Ich nehme meinen Job sehr ernst. Wer ist bereit? Wirkung. Wirkstoff. Was macht denn... Was macht denn crazy? Was war denn aufputschend? Ich mach ruhig. Ich hab nix gemacht, aber gut. Der Schneck erschickt. Wirkung. 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 die Kamera sieht und dann lachen muss. Richtig süß. Richtig knuffig. Schlumpf. Schlumpf. Schlumpf weg. Da dauert das. Das ist Schlumpf weg. Ich muss filmen. Kommst du mit? Daumen ist dran. Wollte die noch ein erfolgreiches Pferd? Ja, das heißt rein. Das haben wir doch schon bekannt gegeben als nettes Nachwuchspferd. Ja, aber die ist es auch gerade. Man braucht halt auch nicht zu zweit nebeneinander Schritt gehen. Super, das Flugzeug. Echt. Ich habe auch schon gesagt, die läuft richtig schön. Richtig entspannt, relaxed, aber trotzdem. Die Fertzeitüberstreitung in 67,6 Sekunden. Jeanette Grustien kommt vom Radar fahren Reuschenberger Reiter mit Dondon Noir. Dondon Noir. …GT. …GT. …GT … …GT. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt wird ordentlich gejubelt und weh, ich höre nichts von meiner Schwester Ja Jetzt wird ordentlich gejubelt und weh, ich höre nichts von meiner Schwester Jetzt wird ordentlich gejubelt und weh, ich höre nichts von meiner Schwester Jetzt wird ordentlich gejubelt und weh, ich höre nichts von meiner Schwester Da, dieses Loch Man sieht das auf der Kamera gar nicht als Loch Das ist trauriger Jetzt möchte ich ein bisschen Jetzt möchte ich ein bisschen Wuhu! 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 Danni, dein dicker Bauch ist im Weg. Dein dicker Bauch. Hauptsache, man sieht mich so im Schatten. Toll. Danni, dein dicker Bauch. Vielen Dank.